Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Smellforce, Breath of Winter. Ja, wir haben das Wintertal durchquert, haben dabei ordentlich Erfahrungspunkte gemacht, so eineinhalb Level. Müssen jetzt, wo ist es denn, die Wundtiktur abgeben. Ah, ihr seid es. Habt ihr das Mittel? Ihr ist es. Seid bedankt, Frendling. Nun kann ich... Oh nein, es ist, wie ich befürchtet hatte. Es ist nur noch wenig in der Flasche. Nicht genug für beide Verletzte. Nithalf, Gnade, was soll ich tun? Soll ich nun entscheiden, wer leben darf und wer stirbt? Mein Zwergenbruder oder die Elfe? Wer soll leben? Wer? Ja, eine schwere Entscheidung. Eine schwere Entscheidung. Was soll ich tun? Wer soll leben? Nithalf, schenke mir Weisheit. Wenn nur ein Fingerzeig mir helfen würde, welches Leben soll ich retten? Ja. Preis des Lebens. Es ist nur noch... Gebt dem, wo es einen Rat, wer gehalten werden soll. Es ist nur noch genug Medizin für einen Verletzte in der Flasche. Dem, was es ratlos, wenn er retten soll. Und wenn er den Tod überlässt. Helf dem gepeinigten Heiler mit einem Ratschlag. Aber seid euch bewusst, dass ihr damit überleben und Tod entscheidet. Ja. Die Nebenqueste müssen wir hier noch abschließen. Und ja, wir haben den Wahl zwischen einer Eiselfe und einem Zwerg. Und da ist es gut, dass ich vorher gespeichert habe. Also eigentlich war es Absicht, dass ich vorher da gespeichert habe. Weil ich nicht mehr wusste, was man von wem kriegt. Also was es bringt, den Zwerg zu einem, was die Elfe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich den Zwerg nur geheilt. Und habe gleich nach der Elfe geguckt, weil ich nicht gespeichert hatte. Aber diesmal haben wir gespeichert. Mitalf, gib mir Kram. Ja. Nehmen wir mal das Zwergen, Bruder. Gebt sie eurem Zwergen, Bruder. Ihr habt recht. Ich muss meinem Blute treu bleiben. Er wird sie erhalten. Mögen die ahnende Elfen ihre Schwester in Frieden aufnehmen. So, jetzt können wir mit... Halid-Vorarbeiter. Warum auch über Halid? Reden. Wir haben den Preis des Lebens abgeschlossen. Mir geht es bereits viel besser. Ich danke euch. Nehmt diese Axt als Belohnung für mein Leben. Nidhals Stärke sei mit euch, Mensch. Ja, Axt des Galeritus. Ja, die verwundete Elfe, die bleibt verwundet. Können wir uns die Axt mal kurz angucken. Ja, okay. Das ist die Axt, die uns nicht wirklich viel bringt. Geben wir also noch mal ins Start-Medü zurück. Und laden die Axt, unsere Let's Play neu. Ihr seid es. Ja, ja. Ihr ist... Es ist nur noch nie... Mein... Ja, gut. Was passiert, wenn wir es der Elfe geben? Gebt sie der Elfe. Ja, mein Bruder ist ein Krieger. Er kennt den Preis seiner Zunft. Doch dieses liebliche Geschöpf soll nicht so grausam sterben. Gut, Questbuch aktualisiert. Wir haben die Frostbräger gegen geheilt. Das Leben fließt in mich zurück. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Nehmt diese Brosche. Sie ist weder Waffe noch Panzer. Aber sie mag euch nutzen zur rechten Zeit. Sollte euch eine meiner Schwestern je mit Verachtung strafen, zeigt ihr diese Brosche. Sie wird es verstehen. Okay, ja. Wir kennen da ja jemanden. Nämlich hier in Tirganach eine Elfe. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal nach Tirganach zurück. In die Elfenstadt. Und gucken mal, ob die Händlerin einem was bringt. Also ja, Erfahrungspunkte haben wir keine mehr dadurch gekriegt. Wir haben jetzt aber die Elfenborsche. Und soweit ich weiß... War die Elfen hier unten irgendwo? Okay, da kommen wir nicht rüber. Hier ist sie. Huldys, ha. Okay, da ist noch was im Skelettenwörter zum Einsammeln. Dann sammeln wir den auch mal ein. Während wir mit Huldys reden. Also ja, der Weg hier oben sollte frei sein. Deswegen denke ich mal nicht, dass meine Elfen Probleme haben, zu dem zu kommen. Nun, was schleicht ihr hier noch herum? Kennt ihr eine solche Brosche? Die Brosche einer meiner Schwestern. Woher habt ihr sie? Eure Schwester schenkte sie mir, als ich sie vom Wundbrand heilte. Das ist das Zeichen der Ehrenhall, der Jahresweihe. Sie dient in meinem Volk als Zeichen der Mündigkeit. Wenn sie euch ihr Vertrauen schenkt, will ich das auch tun. Verzeiht meine harschen Worte. Schaut euch mein Sortiment an. Äh, ja, der Korb, da sieht ein bisschen komisch aus an dir. Und wir können mit dir handeln. Oh, Münzen. Ja, das wäre schon mal praktisch. Also, ja, bleiben wir bei der Entscheidung. Und, äh, ja, verkaufen mal bei ihr. Geh, Digger. Die lassen wir mal erst noch. Wir haben jetzt 21, 23 Gold. Das heißt, damit können wir uns schon mal was Schönes kaufen. So, der Skelettmörder. Steht jetzt nicht beim Weg. Und, ja, ich weiß noch, die Wünzen waren später für irgendwas sehr wertvoll wichtig. So. Eigentlich will ich ja nur die Zwergenarbeiter ohne, weil für die da, also, drei Level jetzt zu schaffen, bis wir nach Fast Home kommen, ist etwas zu happig. Sie kaufe ich wenigstens für 8 Gold, die. So. Tausche die gleich mal aus. Und das sollte uns auf jeden Fall Fast Home etwas erleichtern. Und, ja, dann gucken wir uns mal das Tal zum Leveln an, was ich da in dem Guide gelesen habe. Wenigstens ein bisschen. Also, ich hole mir erst am Heldenportal wieder meine Heroes. Die hier alle. Erstmal verkaufe ich aber ihr die Rune, die ich nicht mehr brauche. Na, das ist auch so eine Sache. Bei ihr kann man ziemlich gut Sachen verkaufen. Also, sie gibt einem mehr. Sieht man zum Beispiel hier auch überall dran. Äh, Metallmagie benutzen wir nicht. Und Segnungsmagie auch nicht. Also, können wir das schon mal verkaufen. Okay, Tierverzaubert hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hätten wir zum Geld machen können. Aber, ja, das Leichte ist mal auch an Geld. Äh, zum Heldenmonument wollten wir. Hoffentlich ohne in Orks, äh, in Trolle reinzulaufen. Winterwacht, große Heilerin. Winterwacht, Druide. Gehilfin und Bewahrerin, ja. Sind alles die normalen Elfenmodels halt ziemlich weiß und blau gemacht. Also, gerade sie hier. Und okay, mit einer bisschen anderen Bewaffnung. Oh, wir kommen sogar an dem Trolllager vorbei. Zum Heldenmonument ohne die Trolle. Ohne Gefahr zu laufen, in die Trolle reinzurennen. Weil die Trolle gehen ja immer den Weg hier hoch entlang. Und blockieren ihn. Alter, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke Level 15 sollten wir hier noch machen Dann haben wir vielleicht auch endlich den letzten Rundenslot Ich glaube den kriegt man auf 15, so alle 5 Level kriegt man glaube ich einen Sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht Steht ja auch nicht dran, wann man den freischaltet Auf mein Zeichen Und los Sofort Und los So zum Glück greift jemand Gizzo an hier drin Ja ok, das können wir am besten erst fragen, wenn wir das Buch haben Also von den Skeletten hier Da ist hauptsächlich der große Schlechter gefährlich Und ja ich denke mal wenn wir da einen Fastholm hinter uns gebracht haben Dann können wir die Trolle auch ausschalten Auf mein Zeichen los Mir nach Mir nach Mir nach Fastholm war ein bisschen, naja schwierig Ich weiß noch nicht mehr ganz genau warum, aber Schön war Fastholm nicht Sie sind überall Nicht nach Vorsicht, Gegner Versucht's nur Kommt her Das bereust du Schlagt sie zurück Ah, feinde Guck dir Ja 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 Ja